Ja, Amigos, ja. Was? Warte mal kurz. Hallo? Nein. Fraps-Anzeige, geh weg. Geh weg. Okay, Fraps-Anzeige ist weg. Ich erinnere mich, letztes Mal, da haben wir die auch eigentlich richtig gefickt. Er muss es auch mal so hart sagen dürfen, natürlich an der Stelle. Das muss man... Das sage ich immer, muss er so hart sagen dürfen. Ist halt so. Kann ich auch nichts dran tun, Kinder. Okay, so. Mein Wall ist der... Boah. Boah. Gleich habe ich verloren. Gleich ist alles... Es ist alles vorbei. Ironie, lol. Ja. Okay, wo waren wir letztes Mal? Die Grünen haben wir... Und jetzt wollen wir noch... Trois und Rem. Oder was auch immer, wie die am heißen sind, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal. So... Was? Was ist denn das? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß nur, dass ich komplett ungeschützt bin, aber hey. Ich habe es ja so richtig drauf. So, dann machen wir den zu. Den machen wir zu. Und den... Warum habe ich ihn nicht zugemacht? Ich meine, ich meine... Was soll das? Hört auf, Arme, unschuldige Wälder abzuholzen. Das geht so nicht. Ich habe keine Steine mehr. Ja. Geil. So, jetzt habe ich gleich wieder Steine. Auch geil. Ich müsste eigentlich mal von der anderen Seite Dorfboreboren heranbringen. Nur, dass wir es einmal reparieren lassen. Einfach nur so. Haha. Das wäre so cool. Ah, schön. Okay. Steine, 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 Steine. Oh, Kindersteine dürft ihr gerne machen. Bin die Biene dabei. Ich habe richtig Bock. Da bist du. Jetzt, hallo, hallo, hallo. Hör mal auf, Wald abzu... Ich glaube, es hackt. Ja, ich glaube, ihr seid nicht mehr ganz taco, oder was? Weil so kommt mir das gerade hier vor. Unglaublich. Okay, so. Dann ist hier zu. Da. Hm. Da müsste auch zu sein, wenn ich das... Ja, das sehe ich richtig. Da ist auch zu. So. Dann haben wir hier abgemauert. Die drei können weg. Und dann... Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern hier dran. Das ist krass. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich sollte mal ein bisschen auf den Puts hauen hier. Und hier die Dorfbewohner. Habt ihr noch einen Wald, den ihr einfach mal... ...abmessern könnt? Warte mal kurz. Dann baut ihr ein Tor dahin. Ich hoffe, hier ist zu. Okay. Zehn. Drei. Zwei. Eins. Runterzählen. Like a boss. Ja, genau. Ihr könnt eigentlich hier draußen noch abholzen und ihr genauso. Alten Holzmörder hier. Unfassbar. Greenpeace hat euch schon längst, schon längst weggesperrt, ey. Habt ihr Glück. Habt ihr Glück. Bei der Schmiede habe ich... Habe ich in der Schmiede alles entwickelt? Boah, gleich ist es auch aus mit meinem Wall. Ich sage das immer wieder gerne, weil es stimmt eben. Es ist... Es ist eigentlich so lächerlich. Problem ist, wenn sie dann wirklich durchbrechen, dann bin ich der Ött, ne? Dann stehe ich natürlich da. Aber ich glaube, die Schmiede... Warte mal. Ihr baut ihr... Pass auf. Kinder, Kinder, Kinder. Baut mir mal so einen Schmiede hin da. So einen Schmiede und so eine Uni könnt ihr mir mal hinklatschen. So. Ihr seid bestimmt fertig. Jawohl. Dann könnt ihr mal hier jetzt kurz die Steine abfarmen. Das hört sich auch komisch an, Steine abfarmen, aber gut. Okay, Uni war fertig. Schmiede wahrscheinlich auch fertig. Sonst hätte ich sie nicht abgerissen. Ja. Nein, zu Ende bauen. Und dann... Nein, zu Ende bauen. Ah, ich bin ja auch so fies. Ahaha. Wald. So. Viel Spaß. Ich bin raus. Oder so ähnlich. Hm. Ihr macht Holz. Ihr macht Holz. Geil. Okay. Untätiger Dorfbewohner. Dumm. Äh. Hm. Was mache ich gegen euch, alte... alte... Hans-Günthers hier? Hm. Was tun, ist die Frage. Ich hätte es einfach mal 15 von euch... von euch Hans-Günthers da... drauf. Warte mal. Neun Felder. Eins, zwei, drei, vier... Warte mal, drei, sechs, neun, okay? Mehr Felder habe ich nicht. Das ist ja gar nichts. Hm. Wer letztes Mal gespielt hat, der... der hat auch... der... der hat auch keine Ahnung. Spacko, ehrlich mal. Na gut. Dann werden wir euch mal... kurz wegräumen da. Und... Hilfe. Und... Gold. Genau. Gold. Eine zweite Kaserne könnte ich eigentlich... könnte ich eigentlich auch. Warte mal. Es ist immer so, meine Taktik... Ich... Jedes Gebäude haben, ja. Und in dem Gebäude mehrere haben, nein. Also... Außer Häuser und... und Dorfzentren jetzt natürlich. Aber... So... Das... Das absolut Logischste der Welt... Äh... Was? Ja... Weiß... Weiß ich auch nicht. So... Ist mir auch egal. So, das absolut Logischste der Welt... Zwei Kasernen zu bauen. Drei, fünf, zehn. Keine Ahnung. Holz hätte ich dazu, ne? M-m-m. Damit alles schneller geht. Weißt du? Die Logik, die wäre... Die ist auch irgendwie nicht vorhanden. Und da frage ich mich schon manchmal... Was eigentlich falsch gelaufen ist bei mir. Ob ich vom Wickeltisch gefallen bin oder so. Warte mal. Da sind acht. Da sind neun. Da sind zehn. Also... Zwei. So, hier zehn. Hier zehn. Drei. Vier. Äh... Vier. Kann ich hier noch was entwickeln? Ja, genau. Da, 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 da. Das Limit wird nie im Leben ausreichen. Sau, aber egal. Ich glaube einfach mal so viele rein, wie... Wie am Gehen sind, ne? Und dann passert schon. Warum seid ihr so schnell? Alter, das gibt's nicht. Das ist unfassbar. Unfasslich, wie du es nennen willst. Das ist einfach unfass. Meine Güte. Das ist schon genau... Werf ich... Das sind so Kleinigkeiten. Da achtet man nicht drauf. Aber an sich eigentlich... Ist schon ziemlich geil. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Warte, 62. Kommt noch acht dazu. Sind 71. Und hier noch neun sind... Sind 80. Ja, Bevölkerungslimit reicht. Reicht, 3, 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 3. Hm. Hier kann ich... Nichts mehr holen. Nein, 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 nein. Nein, nicht Holz, alter. Maus nervt mal nicht. Wa? Ui, 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 ui. Gleich hab ich, gleich, hab ich gleich verloren. Weißt du, ihr müsst einfach mal entspannen. Warum... Ja, gut. Warum... Der mich nicht angreift, weiß ich auch nicht. Oder warum nicht der? Warum die mich nicht angreifen, weiß ich nicht. Ich mein, gut, Beschweren sieht anders aus. Das ist ganz klar, aber... Ich bin auch zu dumm für vielleicht. Vielleicht haben die einen hinterhältigen Plan, den nur ich nicht sehe. Ich, alter... Lumbazi. Ja. Was? Oh, nee, jetzt ist... Oh, es ist zu Ende. Oh, oh, oh. Hier waren doch irgendwo Bärenstreuch. Jetzt... Dann macht erst mal die... Nahrung brauche ich nicht, aber die... Die Sträucher müssen weg. So. Kinder, auf gehtet. Wir klatschen die Alten und dann geht das los, ne? So, wir können schon mal hellbar die ihre nach... Nachbestellen, kann man das so sagen? Das hört sich an, als wären kämpfende Ware. Und das sind sie ja irgendwie auch... Mal ganz realistisch anbetrachtet sein, ne? So. Tor zu, danke. Und los geht's. Und alter, seid ihr wieder dumm. Seid ihr wieder dumm, 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 dumm. Nein. Nein. Warum muss es einen einzigen geben, der zu blöd ist? Warum? Dieser eine. Ich würde ihn eigentlich sofort dekrutieren. Gibt's das Wort? Derekrutieren. Du weißt genau, was ich meine. Ja, oder auch nicht, ne? Mal gucken. Oh, hellbar die ihre 6 plus 4 macht... Macht, macht, macht 10. Richtig. Wo sind die eigentlich hin? Achso. Der Wall war nicht genug. Schon klar. Meine Burg ist auch bald, bald weg, ne? Also, weiß ich auch nicht. Wir räumen auf jeden Fall erstmal unsere Insel jetzt auf. Und alles andere ist mir gerade mal egal. Hier die Bärenstrecke müsst ihr ja auch noch holen. Wie gesagt, nicht, dass ich sie brauche, aber nur einfach, dass ich sie habe. Komm. Kinder, kloppt mal, was euch durch... Ich war nur, was euch an Weg durch ein... Was euch in die Quere kommt. Ich bin zu blöd zum Sprechen. Traurig, aber wahr. Mir fällt gerade auf, einen Mönch hätte es auch tun können. Im Endeffekt ist keiner gestorben von mir. Auch cool. So, die Dorfbewohner da, die müssen auf jeden Fall mal weg. Was ich schon 500 Mal erklärt habe, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung von der Welt habe. Wirtschaft lahmlegen ist alles. Das habe ich dieses Wochenende wieder... Diese Woche am Ende wieder erlebt. Das ist einfach so wahr. Dann sitzt da auch nichts an mit deinem Bruder, zockst eine Runde, bist der stärkere Spieler und dann gehen die mit... Die drei Gegner einfach mit 600 Leuten auf dich gefühlt, weißt du? Dann wirtschaftlich ist er komplett im Arsch und dann stehst du auch da, ne? Zack, hat's verloren. So, ich glaube, an die kommen wir nicht mehr ran. Doch, oh doch, oi, oi, oi. So, mal kurz Aufräume arbeiten, bitte. Spion 13, 8. Wenn das billiger wird, dann mache ich den. Ähm. Ah, dankeschön. So, Kinder. Aufräumarbeiten... Ist es nicht so Aufräumarbeiten im Loirtal? Weiß ich gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall mal... Wir lassen es auf jeden Fall richtig krachen. Entschuldigung nochmal übrigens, dass am Wochenende nichts gekommen ist an Parts. Ich hatte halt leider nicht, äh, die Zeit... Äh, hatte ich die Zeit? Ich hatte die Zeit eigentlich wirklich nicht. Weil sonst ist es immer so, ja, keine Zeit, haha, du hast immer... Du kannst ja auch mal eine halbe Stunde nehmen. Aber konnte ich eigentlich gar nicht. Weiß auch nicht. War einfach nicht drin. Und ich meine, mal ein Wochenende verschont von dem Zeug hier zu bleiben, ist es auch irgendwie besser. Na gut. So. Wir... Ist hier noch hier... Da, warte. Ach, nee, warte. Nee. Ach, die roten haben wir schon. Stimmt ja. Diese britischen Wachen, dieser... Man muss es so sagen, dürfen... Bombenangriff. Ah, die haben uns ja eigentlich... Die haben uns alles komplett zerlegt. Okay, dann greift mal die Zelte an, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Weil, solange ich keine Orangen sehe... Weiß ich auch nicht, ne? Einfach nur, dass sie mal wechseln. Diese roten Punkte machen die mich nervös auf der Karte. Die lassen mich denken, es gibt hier noch echte Gegner. Ah, 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 ah. Ah, witzig. Nee, komm, hier jetzt. Mönch Amigo oder wat, ne? Warte, ich kann noch bestimmt. Kann ich nicht. Oh, das kostet so viel Gold alles wieder. Ah, ah, ah. Schnelle Erholung für Mönche. Verkehr, drei Reichweite. Geschwindigkeit, danke. Danke.